Machen wir uns die ganze Basis zum Spielfeld. Wir verwirren sie durch unsere Bewegung. Dann haben wir leichtes Spiel. Ich muss irgendwo hin. Kill ihn. So. Yeah. Volle Kajüte auf das Schweinefischi sind. Oh. Heißgelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Die greifen mich ja gar nicht an. Was ist der scheiß schäbige Sender? So. die haben wir mal richtig weg gehauen da hinten jetzt ist ja eigentlich auch scheiß egal ob es hell ist oder dürfte ja auch keine rolle mehr spielen wie komme ich jetzt dahin run 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 okay hierdurch da stimme ich dir zu so die brücke hau doch zu okay okay und jetzt weg oh supertrankzeit ein moment gibt es hier irgendwo ein geschütz na klar da gibt es ein geschütz ha ha geht kaputt wenn noctis leben in gefahr ist leid der donnergott ramu ihm eine helfende hand durch sein eingreifen lassen sich viele feinde auf einmal besiegen mit erz mit l2 kann man den beschwören ich glaube habe ich doch gemacht okay keine ahnung ich weiß nicht wie ich den beschwören kann ich drücke l2 aber er macht irgendwie nichts naja scheiß drauf wir ballern jetzt erstmal weiter da drauf das zieht ja nichts ab was ist denn das warum zieht das denn nichts ab ich muss bestimmt beschwören aber es geht halt nicht okay keine ahnung jetzt geht es auch nicht mehr mit dem beschwören ganz komisch das dürfte mal jemand prompto helfen wenn es geht und du steck da ein was ist denn das wieso geht das nicht hau doch voll da rein okay dann hauen wir halt da rein das ist unsere chance auf geht's okay der magitek sender wurde zerstört und deine gegner sind geschwächt schalte alle gegner in der umgebung aus genau okay ich bin auch wieder am start jetzt hau mal ein bisschen auf die kacke gladio und prompto auch schießwütiger schrott ja haben wir es ja beschwören ich drücke was reift er denn das da an müssen wir das noch kaputt machen hier oder was also ich verstehe das mit dem beschwören ehrlich gesagt nicht ich drücke die ganze zeit diese l2 taste aber der beschwört ihn nicht ist das für uns noch besteht hoffnung wieso sagt ihr mir nicht was ich machen soll ich kann nix beschwören junge ich kann nix beschwören warum hält der auf einmal an wow was ist jetzt ist das der donnergott jetzt haben wir ihn beschworen ach du scheiße krass krass ich denke mal dass das ein bug war wir sollten einen namen dafür finden vielleicht basenbruch klingt doch genial oder und mit so nem codenamen steigt die motivation ahja nicht alles braucht einen namen schon gar nicht so einen miesen seid doch nicht solche spielverderber wir kurzen es einfach mit bb ab wenn es dich glücklich macht ah hier können wir noch was aufnehmen also ich glaube das war ein bug dass ich den nicht beschwören konnte weil vor allem so plötzlich ging das dann auf einmal und ich hab da tausendmal drauf gedrückt äh wie kommen wir denn jetzt hier weg wie kommen wir denn jetzt zum regalier äh da vorne ist das tor und hier ist das tor genau ja die basis haben wir auf jeden fall ordentlich zertrümmert schade dass das mit der beschwörung nicht direkt geklappt hat aber vielleicht schneide ich das auch raus ja aber es hat echt lange gedauert bis er die beschwörung endlich gemacht hat da ging nix das hat locker fünf sechs minuten gedauert bis die beschwörung endlich funktioniert hat wir wären beinahe gestorben deswegen so Zeit abzuhauen hier endlich die karre zurück Jungs lange nicht gesehen merkt es Davos also hast du die kraft von Ramu empfangen und dabei weißt du nichts über die konsequenzen ey stehen bleiben alle was geht hier vor niemand war so würdig wie ich erstarrt in ehrfurcht vor dem könig lang lebe der erwählte des kristalls ganz schön arrogant für einen verräter wie dich nicht mal deine eigene schwester ist sicher vor dir was erwartest du von einem general deines feindes Schild des königs hast du was dagegen ein brüchiger schild schützt niemanden du dreckskerl vielleicht ist dein schicksal dass du heute hier stirbst so genug jetzt kinder brauchst du hilfe nicht von dir lasst mich doch helfen spar dir den spott ich lasse das militär abrücken und was springt für dich dabei raus vielleicht können wir das in altissia besprechen wir haben nämlich auch etwas mit ihrer heiligkeit zu bereden stimmts wir sehen uns dort majestät gute reise wer war der typ das war ravos die armee hat gestern die sperrung der dasgischen fernstraßen aufgehoben die zur durchsetzung der sperrungen errichteten anlagen werden derzeit restlos abgebaut die die lutzische interim regierung rät trotzdem von einer benutzung der verkehrswege fürs erste abzusehen da es vermutlich noch einige zeit zu weiteren verkehrsstörungen kommt also dass der typ auf der basis lunas bruder war der oberkommandant von niflheim sein vorgänger muss wohl gefallen sein im krieg kann sogar ein sohn tenebrez aufsteigen aber warum will er das überhaupt wer kümmert wer kümmert zumindest kämpfen kann er er will macht dann lass ich ihn meine spüren ok das war lunafreyas bruder hätte ich jetzt auch so nicht mit gerechnet dass das lunafreyas bruder ist gut zu wissen und dieser andere hat typ der hat uns schon wieder gerettet obwohl er ja eigentlich ein feind ist also ich weiß nicht was hinter dem noch steckt oder hinter seinen absichten hundertprozentig trauen tue ich ihm nicht aber gut er hat uns das leben gerettet quasi deswegen nehmen wir das mal so hin von hier hat man ja einen tollen blick auf Lestalum Noct Zeit für ein Foto ach komm was solls wieso nicht klingt nach nem Plan nicht wahr das wird sicher ein Bombenfoto und was ach der fährt jetzt von alleine dahin na gut also die Story ist schon ziemlich interessant finde ich geil so dann mach dein Foto könntest du auch aus dem Auto heraus machen oder sollen wir wieder posieren na anscheinend müssen wir posieren so hier lasst uns hier ein Foto machen eine gute Wahl also los geht's dann stell mal deine deine Kamera ein genau wir wollen nämlich nach Lestalum Achtung heute noch Klick und da sind die vier ja der hat schon gute Motive und das gibt natürlich auch wieder ein paar Erfahrungspunkte automatisches Fahren äh Aufgabenziel was echt da kann man da kann man so hin jo da sind wir ob es nicht schneller gegangen wäre wenn wir gefahren wären man weiß es nicht so warum trittst du denn gegen die Wand was hat die Wand dir denn getan ach ok nichts besonderes oder wollen wir uns mal mit Iris wir könnten ein paar Packungen kaufen für den Notfall wenn uns die Zutaten ausgehen gut demnächst mal ach man der kann sich hier nirgendwo durchquetschen das ist der Hammer was auch hier komme ich nicht drüber willst du mich verarschen Junge äh nö wir wollen hier entlang dann hier entlang und da vorne ist auch schon das Hotel hier können wir natürlich wieder nicht rennen weil man rennt nicht so in der Stadt rum da sind zwei schicke Mädels so dann wollen wir uns mal mit Iris treffen vielleicht hat sie ja was zu sagen was denn nicht gut nicht gut sie wurden wütend weil wir dich nicht verraten wollten dann haben sie Jared sie haben Iris was ist mit Jared sie haben ihn umgebracht tut mir leid alles nur meinetwegen ich ich konnte konnte gar nichts machen es ist nicht deine Schuld das Imperium wird dafür büßen versprochen ich möchte helfen Prinz Noctis ich werde mit Töke zusammen nach Kain gehen ich werde mit Töke zusammen nach Kain gehen denn hier können wir nicht bleiben Verstanden die haben den alten Mann umgebracht was sind das denn für feige Wichser Na, wenigstens haut das jetzt ein bisschen rein Das ist gut Hier die paar Bilder Was? Geisterfoto? Deswegen, oder was? Das sieht voll geil aus Naja Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Und dann schläft er auch noch beschissen. Kapitel 6 Erwachen unterhalb des Leuchtturms am Kap Kam im südlichen Klain Klainje? Klagne? Keine Ahnung. Klain, sage ich mal. Hier befindet sich ein geheimer Hafen der Lusischen Könige, in dem ein Boot von Noctis Vater ankern soll. Die vier Freunde machen sich daher auf den Weg zur Küste. Einige Tage später Ich kann Iris einfach nicht alleine nach Kaim fahren lassen. Wir müssen halt etwas zusammenrücken. Tut mir leid. Fahren wir los? Sid und Sidney sind auch schon in Kaim und reparieren das Boot für uns. Oh, großartig. Ja. Jared hatte das organisiert. Jared. Die gute Seele. Ha! Ja, die gute Seele ist jetzt tot. Und wir sind der Grund dafür. Wir sind nicht schuld daran, aber wir sind auf jeden Fall der Grund. Da ist der Regalier. Von hier aus könnten wir losfahren, aber... Was ist mit unseren Aufgaben? Die sind trotzdem noch machbar. Also die warten dann halt in Kaim, aber wir können trotzdem noch die Aufgaben erledigen. Ab Stufe 25. Das passt ja genau. Aber diese Stufe werden wir locker erreicht haben, denn wir werden hier diese Aufgaben so gut es geht versuchen zu erledigen auf jeden Fall. Denn wir machen hier eine kleine Pause. Die wartet da auf uns. Ich weiß nicht. Oder müssen wir... Ich habe vollgetankt. Danke. Ja, achso. Wir können mit ihr reden. Wir können aber auch einfach einsteigen. Geht das? Ja, das geht. Also können wir erstmal ein bisschen hier noch unsere Nebenaufgaben erledigen, bevor die nämlich nachher nicht mehr funktionieren. Wie sieht es mit unserer Magie aus? Feuer. Äh, Feuer, Feuer. Alles klar. Feuer, Eis haben wir. Blitz haben wir. Feuer ist eigentlich immer sehr effektiv. Deswegen. Ja, machen wir nochmal Feuer. Und nochmal Blitz. Und von Eis haben wir leider nicht so viel. Deswegen. Ne, ausrüsten wollte ich das jetzt eigentlich gerade nicht. Genau, lassen wir erstmal da drin. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ringehauen bis zum nächsten Mal. Dann läuft das mal. Ich bedanke mich. Vielen Dank.